Bin Herpes. Geil, Alter! Bin Herpes. Fall nicht, was der für einen Namen hat. Oh nein, wer bin ich jetzt sicher? Willkommen, meine liebe Melonen. Es ist mal wieder so weit. Wir bringen ein Video raus. Wow! Ähm. Oh, wow! Ich hab ne fucking 1 gewürfelt. Ich bin der Boss. Du bist richtig der Motherfucking-Boss. Ich bin echt schon ein krasser... Skill, Junge, Skill. Die 1 ist die neue 6, ich schwör's dir. Ja, Alter, ist ja schon eine ganze Weile her, wie wir mal ein Video rausgehauen haben. Was mit unter... Oh, du wirst ein Feld nach vorne geworfen. Geil, ich bin mit dir auf einem Feld. Ja, was mit unter daran liegt, dass es den letzten Monat fucking warm war. Und da... Ja, es war aber nicht nur fucking warm. Du kannst das jetzt nicht alles aufs Wetter schieben, da? Ja, auch. Aber es war auch ein bisschen anstrengend alles so. Das ist halt... Berufstechnisch. Wenn man zum arbeitenden Volk hört, dann ist es schwer, mal einen Termin zu finden, wo man sich denkt, na, okay, komm. Machen wir mal. Und... die Sache ist halt auch, wenn... ich von der Arbeit komme, ist Mel praktisch erst arbeiten. Und dann... gehe ich abends schlafen, wenn er grad nach Hause kommt. Und deswegen war es halt... immer nicht so geil, ne? Und irgendwie bin ich ein bisschen zu blöd für die Scheißspiele. Jep. Irgendwoher kenne ich dieses Problem. Da ist einfach eine Gameforge. Ach, Mann! Boah, wer denkt sich denn sowas aus? Bisschen wieder so ein Japsana. Oh! Oh, nein! Mann, so getan! Das gibt es nicht. Und wieso vermisse ich das gerade? Irgendwie, dass ich sowas schon wieder nicht öfter spiele. Allein macht das einfach keinen Spaß. Das ist wohl wahr. Nein, ich war so weit! Bis wohin warst du? Über das Wasser? Ich war genau am Wasser. Ich war schon drüber. Da warst du ein bisschen besser als ich. Da warst du ein bisschen besser. Mann! Wieso habe ich das Let's Play irgendwie gerade verlernt? Verlernt? Wir sagen so unfassbar viel momentan. Ja. Ja, also ich... Warum so lange kein Video kam? Da gibt es nicht mehr groß auszuweiten. Die Sache ist... Wir geben uns ja Mühe, da jetzt mal wieder ein bisschen öfter was rauszuhauen. Weil wir auch selber, wie wir gerade merken, wieder ultra den Spaß daran haben. Und... Das ist saug. Nicht nur in Form von Let's Plays, sondern auch von Real-Life-Videos, natürlich. Mann! Das hatten wir nämlich, das Real-Life-Video für letzte Woche Samstag, Sonntag. Ja, hatten wir. Aber es war einfach von der Bildqualität zu schlecht, so dass wir euch das nicht antun wollen. Das wollen wir euch nicht antun. Das können wir nicht bringen. Ja. Ähm... Und... Ja, aber wir, wir, wir werden uns bemühen, da mal jetzt wieder was hinzuscheißen. Wir haben auch noch ein paar cool neue Ideen. Ich hab' ne 3. Oh, wow! Fick dich, ich hab' ne 2. Oh, wow! Ja, jetzt kriegst du so ein Feldhüpfer eins auf ohne. Das bringt's dann immer ultra. Bist du bei Süd? Der musste sein. Das muss sein. Sonst kann ich das nicht hochladen. Ohne Röpflein wieder kann ich nicht hochladen. Wie ist... Ist es für euch irgendwo nachvollziehbar akzeptabel? Akzeptabel? Akzeptabelos. 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 Die Sache ist, es kam mir tatsächlich schon so weit, dass echt... Ähm... Bekannte so fragen. Jo, wann gibt's von euch eigentlich mal wieder ein Video? Womit man so gar nicht rechnet. Aber du denkst, da scheißt doch eh jeder irgendwie drauf. Wieso gucken die sowas? Ja! Ja! Das hörst du von den Leuten, wo du denkst, äh... Kannst du mal bitte aufhören? Vor allen Dingen von den Leuten... Guck dich unsere Videos mit. Die eigentlich gar kein Video gucken. Die sind halt nicht so YouTube-aktiv wie... manch andere Menschen. Okay, ich hab gewonnen. Ich wollte euch eine Chance lassen, deswegen hab ich extra verloren. Ja. Zombie Killer for Life. Das ist ein großer Name, oder? Ich mag in der Relle mal so Namen lesen. Die sind ganz lustig. Dr. Daniel Jacks. Du bist schon ein ganz schöner Spaß, ey. Echt wie du so... Boah, wie ich mich gerade erschrocken hab. Süße Geräusche. So, aber dazu kommt, weil ich leicht verschnupft bin. Es gibt ja nichts Beschissen, aber was halt schnupfen. Weißt du, da ist die Muschi einmal bei 35 Grad am Badesee und kriegt... Boah, ich hab schon wieder ein 1 gewürfelt. Und da wird er direkt wieder krank. Läuft. Läuft bei dir. Bin ich die letzte mittlerweile? Ich bin... Ich hab nur 1 gewürfelt. Ich auch. Ich... Das heißt, du bist jetzt aber ein Feld hinter mir. Immer noch. War ich eben auch. War ich eben auch. 35 Fälle bis zum Ziel. 36. Ja, siehste mal. Wir sind die Letzten, ey. Es wird gespielt... Ähm... Musikparty. Mhm. Oh, scheiße. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich hab keine Sound sind. Ich hab 100% keinen Sound. Ich hab keine Sound. Ich hab keine Sound. Ich würde das von verkacken. Ich höre nichts. Gar nichts. Weil normalerweise läuft mein ganzer Ton über Boxen. Die Boxen musst du eben ausmachen. Was ist das? Ich bringe meine Boxen an. Warte. Ich hab's geschafft. Die Leute reden wieder von mir. Sie sagen... Oh, das kenne ich. Das ist so eine coole Melodie. Was ist das? Kennst du nicht? Hymne des Sturms von... Ja, doch. Ich kam nur gerade nicht auf den fucking Namen. Ich hab's doch mitgetrallert. Natürlich kenne ich das. Hallo? Hallo? Damit hab ich dich schon geweckt und dich mit der Wasserpistole vollgespritzt. Ich hab jetzt einfach mal random gewählt. Ich auch. Was hast du denn gewählt? Friday. Boah, wie heißt das? Gehört schon 10.000 Mal, aber... Ja. Aber wie heißt der Scheiß? Okay. Oh, Boss-Modus. Komm, du hast eine Boss-Transformation gemacht. Und wie ich das Lied kenne. Du kennst das? Klar. Geiles Lied. Und jetzt mach ich's falsch. Was ist das denn? Boah, ich glaub, es ist der Linken Park, oder? Hört mich. Ne. It's my life von Bon Jovi. It's my life. Na klar kennst du das. Zweiter. Zweiter. Aber würdest du das jetzt hören, würdest du denken? Äh. Finde ich trotzdem... Ja klar, ich kenn's. Aber... Wow, eine Vier. Und eine? Ich war nur Zweiter. Darf ich zweimal würfeln, oder? Ja. Und eine Vier. Ach toll, ich hab' ne Fünf. Sind wir jetzt cool, schreiben wir Fünfer in den Chat. Swagger. Ich wollte 70 schreiben, aber das ging nicht. Toll, jetzt bist du drei Felder vor mir. Sieh's mal. Es wird gespielt. Pferdrennen. Das geilste Spiel überhaupt. Das ist ja vor allem so ultra anbalanzt, ne? Wenn jetzt, ich sag mal, irgendwie den Esel kriegst, oder so, dann hast du dich verkackt. Wieso hab ich grad gedacht, wir werden Terror unter Leertaste gedrückt zum... Ne? Ach, das mit der Leertaste bringt gar nichts mehr, ne? Ne, das war ein Terror. Ne, mit dem, äh... Mit dem Rennen, da gab's ja mal irgendwie... Nein, das war... Das war ein anderes Mario Party. Zumindest ein anderes Pferdrennen. Weil mit dem Pferden konntest du doch so, äh, 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 und dann warst du doch voll schnell, wenn das da und gemacht hast. Ja. Ich kann mich da an Zeiten erinnern, da hab ich Leute neben mir sitzen lassen und auf die Tastatur hämmern. Ja, echt? Alter, war... Weißt du, null Fehler, aber die anderen sind einfach so ultra schnell. Ich hoffe, da vorne machen noch Leute Fehler. Ja, darauf hoffe ich jetzt ja auch einfach mal. Aber es sieht schlecht aus. Nein! Das sind wieder so suchtig. Oh, so richtig suchtig. Hä, sind die da hart am Abkürzen? Ja klar, so enger du die Kurven nimmst, ne, desto besser. Ne, das sah grad so aus, als hätten die echt einfach die Strecke abgekürzt. Als wären die gar nicht im Weg gerannt, sondern einfach irgendwo anders lang. Das wäre natürlich nicht so gut. So bitte ist dich für mich und auch dich für mich. Boah, ist das geil, wenn man um die Uhrzeit die Nachbarn noch rummeckern hört. Ist ja nicht so, dass halbe elf ist, so, weißt du? Und dem Zeilruf. Ey, ruhig, krass, Polizei, ich schwöre. Ja, Ruhestörung, ne? Ich schwöre. Ja, ist gut, Alter. Das kann doch nicht sein! Weißt du, worauf ich tatsächlich mal Lust hätte? Jetzt kommen wieder unsere Scheißen, die mir nicht gefällt. So ein Best-of von uns, so. Neins! Ne, drei. Ne, darauf hätte ich tatsächlich echt irgendwie mal Lust. Ja, mach doch, los, mach, mach doch! Ja, aber das ist so voll die Arbeit, aus 100 Videos mal so zu schauen, was war eigentlich so lustig, weil eigentlich könnte ich die komplett alle so, wie sie sind, aneinander schneiden. Echt, Mel kannst du nicht sehen. Ja, ich werde vielfältiger zurückgesetzt, geil. So sollst du denn nicht zählen? Wie schrieb da einer? Es geht nur 6 E G G G F. Ich weiß, ich hab's klären, aber ich find das gerade so dumm. Kannst du nicht zählen, Alter? Ja, ich weiß nicht, dass ich das für den 1 bekommen habe. Kannst du nicht zählen, Junge? Ja, da muss ja wirklich Leute, da müssen Leute sitzen, ja, und sich wirklich denken so. Boah ey, der kann sich schon nicht zählen. Die Sorgen sich nur um dein Wohlbefinden, ey. Ich kann euch mal lesen, die Röker und ich schreiben, weiß nur, oder mach dir die Sorge, wenn ich mich zählen kann. Richtig für so. Oh, jetzt geht die Minecraft-Muka aber auf den Sacken. Warum habe ich jetzt kein A-Bot-Dienst? Mein A-Bot heißt es, Gildi. Da klappt einer die ganze Zeit, mein Lieber! Deine Chicks, aller. Ey, was ist das denn? Ey! Ich bin geblendet die ganze Zeit. Hecker! Das Gefühl, immer alle anderen sind viel besser als ich. Das Gefühl hab ich immer gesagt, alle anderen sind viel besser. Ja, dann bringe ich aber über die Ausrede. Danke, dass du mich so dumm verdrassst. Du guckst heute mal richtig dumm, aber... Ja, einfach so zu sagen, ey, ich bin so schlecht im Bett. Das musst du erlebt haben, reicht auch. Kann aber nach hinten losgehen, also. Ich würde es nicht drauf ansetzen. Hey, kannst du helfen? Ich brauche Dialogier-Unterricht. Französisch-Nachwürfe. GZSZ. Wer schaut es auch? Ich, Mama. Oh Mann. Ich hab'n 3 gewürfelt. Ich hab'n 5, glaub' ich, gehabt. Bin Herpes. Geil, Alter! Bin Herpes. Falle nicht, was der für einen Namen hat. Überleg mal, den lädst du irgendwie in was ein. Sag mal deinen Namen. Tschöke-Dum-Bo-Kna. Was? Tschöke-Dum-Bo-Kna. Wie schreibt man das? Tschöke-Dum-Bo-Kna. Ich hasse dieses Spiel, ey. Ja, als ob, Alter! Ist das schwarz? Nee, scheiße. Ich brauche grau. 3, 4. Hä? Äh, das, das. Rot, rot. Wer denkt sich sowas aus? Ob ich ein bisschen zu inkompetent dafür bin? Hä? Was mach ich denn? Jetzt denken sich die meistens wieder so, Oh Gott, die Dum! Hey, nur du, ne? Bei mir läuft eigentlich. Bei deiner Mutter läuft den. Ich wollte schon fast ein Möses-Wort sagen. Weißt du, warum man das darstellen soll? Ich denke, man ist eine Spinne, aber irgendwie hat die Panekes-Augen-Kandis. Wie kann das sein? Sind es vielleicht die... Ist das möglich? Wie weit bist du? Wurde, das ist gerade geändert. Ich habe gerade so ein Geräusch gehört. Fertig. Mit dem ersten? Ja. Du musst drei Stück bauen. Oh Mann. Ich habe mich so gut gefühlt, weil noch nichts kam. Ja, ich bin so gut. Hm, komisch. Eigentlich bin ich das sonst nicht. Wer denkt sich sowas aus? Ähm, keine Ahnung. Gehindert Missgeburt. Ja, Psana vielleicht? Okay, ich sitze einen Tag lang vor ihrem Taschenrechner und gucken genau, wo man das hinkommt. Ja. Ja, klar, alle. Ja, klar, alle. Hacker. Ich schwöre Hacker. Ist gut, Junge. Sind wir eigentlich schlecht oder schlecht? Die anderen suchten das nur zu viel. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Und die Hecken. Und... 75! Noobs, learn to play. Deine Mutter, Junge. Muss mal learn to kochen, ey. Mach ich mich mal voll unzufrieden. Wirklich, ihr könnts ja auch gar nichts. Ich wollt grad schreiben. Du kannst immer Deutsch, nun kannst du selber nicht. Voll verschlichen. Ja! Toll. Das war's. Super. Geil, Allah. Was kommt jetzt hier? Stopp weg. Krass. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst eine positive Bewertung ab. Falls ihr uns heute nicht abonniert habt, dann tut das. Da verpasst ihr nix. Und es lohnt sich. Das auf jeden Fall. Und... Dann würde ich sagen, bis zum nächsten... Ich bin ja eigentlich echt inkompetent hier. Ja, learn to play. Ja, bin ich. Easy get right, Junge. Alter, ich geb's auch für heute. Genug, genug. Ciao!